Pass auf, Joko, wir machen es so. Ich übernehme die Show und du konzentrierst dich weiter auf deine Startup-Karriere. Fari und Oli, eine große Klappe haben sie beide. Im Kopf ist dafür, glaube ich, nur Vakuum. Joko, wer stiehlt dir die Show? Die neue Staffel. Wer stiehlt mir die Show? Ab Dienstag, 20.15 Uhr.